Ich bin mir sicher, Christiane nimmt Drogen. Wie bitte? Sie ist launisch, unzuverlässig, aggressiv und hat extrem ein Gewicht verloren. Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Christiane ist ein Teenager. Christiane hat sich verändert. Das muss ich auch bestätigen. Ich kenn doch mein Kind. Wieso soll ich nur das Geld zusammenkriegen? Es soll auch so'n Typen geben. Gehört, der ist'n Pfarrer. Bei dem reiß' für dich einfach nur nackt aus. Mehr musst du nicht machen. Dafür kriegst du Geld. Hallo, Sternchen. Ich hab' dir doch gesagt, was er gemacht hat, Mama. Er hat mir gesagt, es war ein Missverständnis. Vielleicht bist man nicht so empfindlich mit allem. Luise bringt dich morgen in eine Klinik. Es ist das Beste, wenn du jetzt professionelle Hilfe bekommst. Wenn Papa geht, bin ich ganz allein. Wenn er mich umbringt, auch. Heißfamilie! Sag mal, hast du was für mich? Age! Hast du was? Hast du was? Hast du was? Ich würd' dafür sagen, dass wir gegenkommen. Sag mal, gehst du auch anschaffen? Nee, das ist das Letzte. Das würd' ich nicht bringen. Benno? Der gute Benno verdient gerade tausende Stunden. Wir verdienen unser eigenes, Age. Hast du Bock? Ich schluck auch. Schräg ein. Nimmst du auch Drogen. Mach dich nur auf! Ich will das nicht. Aber ich will sie sehen. Ich hab keine Angst mehr. 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 Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Wie sollen wir dich denn nennen? Christiane. Christiane F. Ab 19. Februar bei Amazon Prime Video.